Mein Ziel ist gar nicht jetzt groß die dickste Beute zu looten, sondern und auch nicht unbedingt jetzt Kills zu machen, aber wenn es sein muss, ihr wisst, ist keine Gnade. Aber ansonsten will ich ein paar neue Schallplatten mir zusammensuchen, denn ich habe erst drei gefunden. Ich weiß allerdings gar nicht, wie viel es da draußen gibt, aber ich hoffe mal mehr als drei. Oder war es das schon? Nein, hier sind ja auch noch Fächer. Ja, wenn das hier wirklich alles so stimmt, wie das hier aussieht, dann sind es mindestens noch mal drei, die ich finden kann. Aber es ist der Lieblingstrack bis jetzt der hier. Und es gibt bestimmt noch mal drei verschiedene Genres, Genres, drei verschiedene Musikstile, die hier dann, weil bisher waren die auch alle unterschiedlich. 80er Jahre Platte, Rockplatte und das ist ja, wie nennt man das hier? Hip-Hop. Oder weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung, wüsste gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben sollte. Banger Musik, so. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir auf die Sachen. Und zwar in Sackdruck. Ich nehme Sackdruck. Los geht's. Oh, ich starte hier ganz außen. Und hier war ich noch nicht. Vielleicht finde ich da ja eine Schallplatte. Und alles weitere sehen wir dann. Kein Loot. Nirgends. Nichts. Alles leer. Ja, krass. Äh. Ich glaube, es sind... Ist nur das alte Holz, was knarzt. Hier ist was. ... ... ... Okay. Okay, so. Weiter geht's. So. Ich glaube, mal ein bisschen so hier am Wasser lang. Sieht aus wie Loot, ist aber keins. Nope. Die unentdeckte Stelle ist ja auch hier auf dieser Seite. Ich bleib einfach mal am Flussufer. Was ist hier für ein Gerümpel? Der übliche Scheiß, aber nichts für mich. Kein Loot. Na, aber hier. Na gut. Nehme ich mit, brauche ich eigentlich nicht. Kann ich höchstens verkaufen. Aber ich stelle mir halt einfach keine Basic-Waffen her. Das ist sinnlos. Also die Herstellungsmaterialien für normale Waffen verkaufe ich immer. Trophäe erhalten. Junior Explorer. Okay. War nicht beabsichtigt, aber gerne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, hier ist jemand mit einem Abwurf und der will jetzt hier raus. Genau da ist er. Nice. Den Abwurf, den holen wir uns. Oh mein Gott. Besser kann man ihn ja hier nicht hinlegen. Ah. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Puh, das war absolut knapp. Oha, Glück gehabt. Oh mein Gott, ich habe den Abwurf bekommen. Ich habe den Abwurf abgezogen und wurde fast auch wieder abgezogen. Keine Gnade hier, aber es hat funktioniert.